Der zweite Versuch hat geklappt und Del Ponte mit einem Superstart. Del Ponte führt vor Ambissa Tsong. Ayla Del Ponte gewinnt dieses Rennen überlegen, aber in was für einer Zeit. In 10,91 und legal. 10,91 für Ayla Del Ponte bei 1,8 Meter Rückenwind. Und ich bin gespannt, was die offizielle Zeitmessung sagt. Eine weitere Zeit.